die steht aber glaub ich nicht so stabil also sehr stabile brücke da ist noch nie einer hergegangen anscheinend hey jules schießen zielen an leute warum macht mir sowas ich weiß auch nicht wer das immer von sich gibt wo bin ich denn überhaupt wie dreht mich denn rum ja ich habe auch keine mein spiel hat irgendwie ich verstehe wieso bin ich denn hier schon wieder bei 0 ich habe gerade gar nichts irgendwie so ich bin gar nicht mehr um spielfeld warum warum habe ich denn alle meine kills verloren wahrscheinlich in die lava gefallen bisher das kann sein aber ich finde das kein grund warum darf ich nicht mehr mitspielen ich habe mal folgt der boden ist lava ja interessant interessant da gibt es eine netflix serie der boden laba ja das ist so eine gaming show ist in usa eigentlich ganz lustig ja 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 aber ehrlich na ja eben ist ja jetzt eine neue waffe schon wieder so ein plutonium fass warum auch nicht eben noch was den goldenen schuss auch noch das muss jetzt schlüssel oder kiste aua ihr seid schon sehr aggressiv aufeinander ne wie kommt es darauf bitteschön puzzle danke kann ich gut gebrauchen weil am nächsten feld gebe ich die ja wieder abweise soja dieser hat doch was vor weißt du wenn du jetzt auf dieses paket pinkeln könntest das wäre geil er läuft nur im kreis der blöde kanigel ist das irgendwie abgerichtet ist das vielleicht nur auf jules ausgelegt oder das aber unseres oder wir wissen das unterneigen links rollen rechts rollen links drehen rechts drehen bitte was ich brauche erstmal eine stunde wie sich diese steuerung geändert ich werde es runter neigen werden die steuerung geändert ich könnte steuerung geändert ja ja steuerung ich habe doch schon ach so ich muss ach so ich bin tot nicht genau so aber ich darf wieder mit linien gehen ich bin tot das ist ein ich weiß nicht wo es hingeht nein warte 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 hier ist die ziellinie warum habe ich den da nicht mitgenommen seid ihr noch dabei ja das geht der zählige runden scheinbar und ich habe auch einen punkt ich komme doch nicht klar mit sowas ich habe mich verflogen scheiße ich weiß nicht wo ich bin aber das ist aber auch eine verkackte steuerung ey ey wahnsinn ich muss die übelst konzentrieren ey immerhin platz 2 ist ja schon mal was juhu so eine sinnvolle sinnvolligkeit oder so nein 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 nee um gottes willen es ist immer sinnvoll bin ich aber froh dass hat ding an mir vorbeigeflogen ist du sonst wäre ich jetzt aber ein bisschen kiebig geworden guck mal der jules holt sich jetzt auch nummer 4 und ich habe erst 2 an wer liebere mann warum warum macht man ich habe einen anderen sich vorgehebt danke ich lasse mich mal vom hasen missbrauchen ja danke für sich bitte gar nicht so einfach wir haben schon 23 uhr weil ich schnell wie die zeit vergeht vor allem ich merke ich werde echt müde ja bei mir wird es da irgendwie das sind ja jetzt hier keine spiele so für samstag nachmittag ne hey jules uhu jetzt kommt erstmal bot aus der schutzel oder was er riecht ein bisschen nach urin finde ich werden da wieder draufgewinkelt jetzt werden wir alle wieder vom hai angeknabbert werden nur wegen diesem blöden bot botjag hat der der hase nicht von dir gesteuert ich glaube der tut wirklich nur mich an wie es hier in der scheißkanigel ist das wieder so aber das kennen wir ja schon irgendwo ja das war auch kacke ja 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 okay ich muss einfach nur fliegen dann du musst fliegen ich muss fliegen ja ich meine ich muss laufen hi ach du scheiße da war ein loch ich bin schon übrigens wieder raus nicht dass ich einer frag wo ich hier rumlaufen ich habe mich nicht im gras versteckt jetzt wird es mal saktischer was für ein glück hatten der tötet den bot ja wieso gewinnt der bot weil der noch oben war der penner der gewinnt er jetzt geht doch nie der immer mit seiner medizin was hat er eigentlich für probleme vielleicht hat er schmerzen einfach das nicht doch da hat er auch nichts gemacht was haben wir ein schönes wie war das geld holt man sich von den reichen richtig außerdem hat er das ja auch mehrfach schon mit dir gemacht das ist absolut richtig genau so geht das finde ich jetzt nicht so schön doch doch muss ich ganz ehrlich sagen ja du hast zehn heilungen dazu bekommen allerlinie viel schlüssel das tut ja schon fast weh das ist alles so unfair was ihr da immer macht ne warum bin ich eigentlich nicht so eine drecksau ne ehrlich warum bin ich nicht so eine drecksau mach ne kalt mach ne kalt ich geh wieder auf die position oder so wir gehen das jetzt benutzen ist x so kann man schön gucken wie du hier weg kommst vor allem weil du halt die schlüssel gebraucht kannst ne ja natürlich weißt du ich bin ja keine konkurrenz ich werde ja nicht mehr gewinnen aber man gönnt mir noch nicht mal den dritten platz weiße das ist ja da schlimmer man gönnt mir noch nicht mal den dritten platz also niklas gönnt mir den nicht das ist das problem niklas gönnt mir den nicht also bitte jetzt wir sind hier im krieg ne sind wir nicht wir sind hier in der goni jufi spielgruppe oder so ähnlich naja krieg sag ich doch au ja genau Schulz warum musst du noch vor das leben weil ich es kann naja eben nicht jetzt geht die musik ab alter ups keine chance jetzt gehts rum die musik sag's euch ups jetzt ist schon wieder mein controller ausgefahren kommt er wieder ich weiß nicht was er ist ich hab aber auch nasse vor ne ding 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 hey puzzle wenigstens vom niklas das ist schon mal viel wert was passiert denn jetzt wieder achso was macht man jetzt weiß ich nicht ich schütze mich einfach mal sicher selber botjag ja immer auf die reichen so kürzigs botjag guter mann der wird mir immer sympathischer muss ich sagen aber er klaut wenn er die jetzt hier natürlich alle klaut naja er geht halt falsch rum der trottel du musst erst recht zum puzzle naja ja komm ich muss ja erstmal äh ne du musst ja auch die richtigen sachen wählen und würfeln und wenn du noch nicht mehr würfel glück hast was willst du denn machen das bringt was beim kaktus ich hab keine ahnung eigentlich nicht aller kaktus wäre das ja der kürbis der kürbis kürbis der kürbis 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 nach ne spielt der hause kann mal jemand sein kannickelei fangen mein gott und einmal so ein kanickelsüppchen weißt du mmmm wir erinnern uns dunkel dran ne mhm schon jemand tot nö also ich nicht gott check ich steh alle einfach nur in der Ecke ja bin auch tot hier doch ne naja was willst du machen weißt du es hat doch was gebracht cool das weiß der niklas auch weißt du der hat das ja schon so oft gespielt wahrscheinlich streamt er das auch mit seinem zweiter count naja klar 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 so weit jetzt werde ich wieder komplett aus der atmosphäre gejagt tja könnte durchaus passieren jules ich glaube wir sind langsam an dem punkt wo wir mal über ein gemeinsames projekt ohne niklas reden müssen ja ich glaube es auch ja ja schon verstehe ich nicht ne also das verstehe ich jetzt echt nicht das war mir klar hol ihn dir fussel hol ihn dir muss nach rechts ne ja boah das sieht gut aus ich könnte ach so ich muss noch auf öffnen klicken nicht auf ignorieren juhu fertig auf jeden fall den dritten platz mal gefestigt ich glaube das sieht ganz gut aus wenn ihr jetzt einer von euch einen sack zu macht das ist halt der klassiker irgendwie das ist Fussel aber wirklich ne